Scheiße, es ist gescheitert, weil ich auch innerhalb von fünf Minuten zu ihm zurück muss, wie dumm. Och nicht wahr jetzt. Oh nein, das ist nicht dein Ernst, nein, jetzt will ich das nicht mehr machen, du bist scheiße. Oh man ey, okay jetzt tanz für mich, ich brauche Aufheiterung. Los. Okay, hier siehst du, das nennt sich Tanz. Oh, nice. Wow, ist ja epic. Warte, 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 ich geh mal in Ego-Shooter, Ego-Shooter, ja, Ego-Perspektive. Okay, jetzt nochmal. Ich muss mich abknallen. Okay, nochmal. Das ist voll der Breakdance, ey. Oh Junge, das ist der Bohrer. Ich bohr mich noch durch das Erdreich, wenn ich's so weiter mache. Ach, pass auf, wir können was voll Lustiges machen, warte mal kurz. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ich bin da, bleib stehen. Ich hab jetzt die Idee. Warte, 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 wo ist es da? Idee? Ähm. Wo ist es? Ah Mist, wo war das noch? Warte kurz, ich brauche ein bisschen Zeit. Okay. Ich muss das erstmal wiederfinden. Äh. Ist das überhaupt hier? Oh nein, das war... Oh nein, das war... Hier. Muss du annehmen. Es ist umarmen und dann trägst du mich. Und jetzt können wir einfach kippen. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Wo ist es, oder? Es geht noch mal, noch mal. Wahnsinn. Ist ja cool. Voll siehst du das? Okay, okay, genau. Du Casanova. Geil. Ja, wir können doch nicht ganz doll lieb haben. Okay, ich will jetzt auch mal zum Schmied. Hatte der irgendwas besonderes? Hast du die Quest schon gemacht? Äh. Nein, ich habe die Quest noch gar nicht gemacht. Fällt mir gerade an. Ja, okay, dann lass uns hier jetzt mal machen. Äh. Ja, dann gehst du auch noch mal zum Schmied, ne? Let's. Sagt du der Frosch. Und fang in den Mixer. Es gibt auch irgendwas, was ich brauche. Na egal. Zum Glück muss man nur auf die Dinger klicken, dann läuft der schon automatisch in die Richtung. Boah, was für ein zweitlose Namen, ey. Cool. Wolf 1. Bah. Entschuldigung, ich will jetzt hier keinen irgendwie beleidigen oder so. Das ist ja echt. Aber. Leute. Ganz ehrlich. Sicher. Ich werde versuchen, was ich mit dem Gebäude oder was auch immer. Ist egal. Irgendwas habe ich zu tun und ich werde es tun. Bla. Oh. Ja. Was ist das? Was ist das? Seine Maus. Warum haben wir uns eigentlich so Mühe mit unseren Namen gegeben? Ganz ehrlich. Aber weißt du, was cool ist? Das ist so diese Seele des Charakters symbolisiert. Ja bei uns. Warte kurz, warte kurz. Bleib mal stehen. Ja. Ja. Das Positive an dieser Methode ist, dass nur noch einer von uns beiden laufen muss. Ach so. Klasse. Ich kann mich jetzt einfach von dir tragen lassen. Siehst du? Schauen wir nicht wieder in Casanova oder was? Was heißt hier aus dem einer von uns? Das bin immer ich, der hier tragen muss. Ja. Ich meine, ich könnte dich ein bisschen schlecht tragen. Das wäre auch echt. Wieso denn? Aber immerhin habe ich jetzt einen Schwanz. Zumindest wenn ich springe. Ich wollte gerade sagen. Aber nur wenn du springst. Warte, warte, warte. Das ist nicht von der Zeit. Ja, du Scheiße. Alter. Sieht doch authentisch aus, oder? Ja, super authentisch mit deinem grauen Fell und dann dem roten Puschelschwanz da. Ganz ehrlich. Und es gibt auch Katzen, die verschiedene Haarfarben haben. Ja, aber die haben die dann nicht nur am Schwanz. Tja, dann sind wir halt eine neue Spezies. Ach, scheiße. Jetzt musste ich da hin. Dann sind wir noch mal den ganzen Weg zurück. Wuhu. Das ist aber lustig, wenn du läufst. Wenn du läufst, dann ist mein Schwanz so fast vor deiner Nase oder sowas. Kannst du eigentlich gar nicht sehen. Kann ich leider nicht sehen, weil ich, wenn ich laufe... Obwohl, warte. Jetzt kann ich es sehen. Oh, Tatsache. Oh. Umflausch dich. Umflausch dich. Chiyuri-Chan brüllt wütend. WTS 17. Schwarzes Pigment. PMI. What the hell is that? Ziemlich wichtig. Selbst ich kann das lesen. Ja, das ist, wenn irgendwer sowas da von wegen brüllt wütend und bla, das kann glaube ich auch wirklich jeder lesen. Tja. Voll böse. Hm. Was kann ich noch machen? Kannst du dich auch in eine reinhauen oder so? Nee. Na, guck hier. In eine reinhauen. Ach ja, jetzt kann ich euch das mal mit dem Chat zeigen, wo wir schon mal dabei sind. Hier unten gibt es ja... Allgemein ist Weltgruppe hier. Da ist Gruppenchat. Und wenn ich jetzt hier einfach mal bläääääh reinschreibe, dann steht da vor Gruppe und nur meine Gruppe oder diejenigen, die in dieser Gruppe sind, mach das mal weg hier, können das lesen. Sprich, der da. Und wenn jetzt noch andere mit in der Gruppe wären, man kann die Gruppe ja beliebig vergrößern. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie ein Limit nach oben gibt. Geh ich mal von aus, aber bis jetzt hatten wir auch schon Fünfer- oder Sechsergruppen und dann können das halt alle lesen und können auch alle da reinschreiben und so und... Ja, wem erzähl ich das eigentlich? Ihr wisst das mit Sicherheit sowieso schon. Äh, Fraktion. Ja, Fraktion. Wir sind dann keine Fraktion. Das ist jetzt so schlecht. Flüstern. Ich kann jetzt auch an irgendjemanden flüstern, wenn ich da jetzt hier seinen Namen eingebe. Dann kann ich ihm flüstern. Äh, was flüstere ich dir denn mal? Das flüstere ich dir. Seht ihr? Und dann steht da privat. Nein, hab ich ihm jetzt einen Blub geflüstert. Ich bin kein Fisch. Deswegen kommt das ja unfassend. Ich hab ja geblubbt. Oh, wir sind da. Oh, schade. Na gut, okay. Ja, das ist jetzt nur einer dieser Orte. Der andere Ort ist woanders. Ich glaube, wir müssen diese Kickbeetle töten. Also diese Käfer. Echt? Um von denen irgendwelche Steinchen zu bekommen. Ich glaube es. Warte kurz, ich geh mal... Fest, fest, fest. Ja, das... Ne, das war nicht bei... Warte, 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 quesst. Quesst aber bei Kuh. Ach, bei mir ist es Kuh. Erdenrekruten. Ach, ne, die Erden... Erdenrekruten. Die kleinen Männikes da. So ein kratzbürstige Monofuß-Jungen. Was auch immer das ist. Ja, die sind ganz wo... Die sind ganz woanders. Aha, okay. Die sind weiter unten. Da kann man wieder tragen... Ey, wo ist eigentlich mein Wöl... Ach, mein Wölfchen ist weggegangen, als ich dich gebeten habe, mich zu tragen. Misch gleich neu beschwören. Skinsch. Wo sind denn noch? Ah, da ist noch einer. Nein, du hast mein Mana dran gehalten. Du Sau. Ja, die kannst du nachher wieder haben, wenn wir handeln. Ach, stimmt. Ha, handeln. Kann ich euch jetzt auch zeigen. Uh, mein Säbel-Wölfchen-Ding. What the fuck. Oh ja, hier gibt es ja auch so furchtbar viele von denen, ey. Ne, ich habe hier noch zwei. Und ich brauche nur noch... Ich brauche noch zwei von diesen. Ja. Was auch immer da. Warte, ich übernehme den anderen. Ich und mein Wölfchen. Okay. Wie soll ich den eigentlich nennen? Ich kann ihm zwar keinen Namen geben, aber ich kann ihn ja trotzdem irgendwie nennen. Weil Nachiras Schafzahn-Säbel-Wölf hört sich irgendwie scheiß an. Nachiras, vor allem mit Doppel-S. Weil ich ja hinten an meinem Namen auch noch eine S dran habe. Okay. Nachiras ist Säbel-Sahn-Wölf. Gut. Vor den anderen müssen wir auch wieder etwas latschen. Soll ich dich wieder tragen oder willst du lieber diesmal selber gehen? Ähm. 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 Ich gehe lieber selber. Okay. Das hätte er gerne. Was? Nix. Aber wir brauchen nicht... Okay. Ist das ein Pinguine? Ach du Scheiße. Ja, keine Ahnung. Die sehen zumindest aus wie Pinguine. Find ich. Ja, ey, das war meiner. Haha. Unserer bitte. Oh, ich glaube aber davon. Jeder holt sich seine eigene. Es gibt hier genug Pinguine für alle. Sicher? Ja, ich sehe nur einen. Scheiße. Stimmt. Es gibt keine Pinguine für alle. Was soll das? Ein Pinguin? Nein. Nein. Das ist ein Kaktoid. Ein Kaktus. Aber das kann sein, dass es nur einen davon gibt und wir immer warten müssen, bis der wieder respawnt. Das wäre echt lästig. Was ist die Merza von Kaktus? Kakteen oder Kaktusse? Das ist immer wieder eine Debatte. Es ist auf jeden Fall Kakteen. Dieses Kaktusse ist einfach nur ein Witz. Hm. Da ist er. Der gehört mir. Verdammt. Der gehört mir. Ich habe ihn getötet. Skadoosh. Shazam. Yeah. Aber der hat überhaupt nichts fallen lassen. Doch. Der braucht auch nichts fallen lassen. Wir kriegen das automatisch, was wir brauchen. Du müsst doch jetzt schon zwei von diesen fünf, was auch immer, da haben. Zwei von diesen fünf, was auch immer da. Warte, die heißen, die heißen, die heißen. Ich kann sie gleich sagen. Wo ist das Quest? Irgendwas mit Holz. Die heißen, kratzbürstige Monofuß Jungen. Nein, nein, nein. Ich meine das, was du sammeln musst. Das Item. Wie heißt denn das Item? Achso. Gebogene Schneckenholz. Okay. Bei mir heißt es nur Slugwood. Ja, Schneckenholz halt, ne? Ja, ne? Hey. Das ist cool. Das ist auch eine coole Debatte. Beziehungsweise darüber kann man auch viel reden, was alles bei dir auf Deutsch steht und bei mir auf Englisch. Richtig. Früher oder später werde ich mir das noch versuchen auf Deutsch umzuändern, aber bis dahin. Debattieren wir darüber, dass wir kein Englisch können. Ja.